Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Aber zuerst muss ich eine Schaufel finden, und mich um euch kümmern. So, hallo meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Part von Kingdom Come Deliverance. Ich habe das Spiel nochmal ein ganz klein wenig weiter vorne gestartet, und zwar kurz bevor, nachdem wir mit dem geredet hatten. Und ich wollte mich nicht so aus der Burg rauswerfen lassen, und dann auch noch besorgt er im Pferd, fehlgeschlagen, das wollte ich nicht. Ich habe es geschafft, mir jetzt einen Dietrich zu besorgen. Genau, und jetzt will ich nochmal probieren, ob ich damit jetzt endlich die Kiste aufbekomme. Ich hoffe nur, wir werden nicht gesehen. So, ey, ich hoffe einfach, dass hier anhalten... Oh, scheiße. Und wie soll ich das machen? Anhalten. Wie soll ich das denn machen? Hä? Schloss drehen. Ah, ich muss immer mit dem mit, oder wie? Fehlgeschlagen. Und ist es der Dietrich weg, oder was? Nein! Och Mann! Ey! Ja, super. Ja, da machen wir es jetzt halt doch so. Ich habe es irgendwie voll versaut. Weil der Händler hat auch kein Geld mehr. Und es bringt mir nichts weiter, noch bei dem Dietrich zu kaufen. Beziehungsweise, ich habe noch eine andere Idee. Ich hoffe, der... Ich probiere jetzt nochmal die Schilder bei dem zu verkaufen. Und die Pfeile. Vielleicht reicht das ja. Lasst mal gucken. Oder ob der mich jetzt meldet, weil ich... ...gestohlene Ware verkaufen will bei dem. Also, schauen wir doch nochmal. Scheiße. Ich hoffe, der sagt nix. Oh, er hat nix gesagt wegen den Schildern. Geil! Okay, jetzt haben wir nochmal einen Dietrich bekommen. Jetzt muss ich es nochmal probieren. So, schauen wir nochmal nach. Da zumachen. Warte, wo war es? Hä? Wo war jetzt nochmal am dicksten? Hier. Schloss Drehen. Ne, warte mal. Wie klingt denn das jetzt nochmal? Ah! Ei, ei, ei. Ja! Wir haben es geschafft! Ey, bitte, bitte, bitte. Ist da eine Rüstung drin? Jawoll! Alles stehlen. Wir haben nur Rüstung, Leute. Jetzt ist die Frage, können... Oh. Also, theoretisch kommen wir auch da runter einfach. Ja, kommen wir aus der Burg und der gelange nach... Ja, klasse. Nein, wieso? Haben wir das jetzt gemacht? Warte schnell. Ich will die Rüstung mal anziehen. Einen Moment. Das Schwert haben wir. So. Jetzt haben wir eine Rüstung an, wenigstens. Jetzt brauchen wir noch ein Pferd. Ja, okay, jetzt sind wir halt so raus. Nein. Och, Mann. Ja, ist gut, komm. Du schickst mich von Pontius zu Pilatus. Lass mich verflucht. Ich muss meine Eltern bestatten. Du gehst nirgendwo hin. Außer zurück hinein. Komm, ich geb dem Geld. Angreifen, mitgehen. Ich gebe dir Silber. Ah, da kommen gerade noch mehr. Ich gebe ihm alles, was ich habe. Hier. Och. Außer zurück hinein. Wenn ich es jetzt nicht tue. Die Dohlen werden sie in Stücke reißen und über ungeweihtem Boden verschreuen. Oh, Erfolg. Yes, yes, yes. Und ich sitze hier fest. Einen Katzensprung entfernt. Na gut, schubse mich. Ich sage, du hättest mich überrascht und ich bin gestürzt. Jawohl. Ich kümmere mich um die anderen und du machst umgehend die Fliege. Super. Lauf. Jawohl. Warte schnell. Okay, jetzt müssen wir. Oh, das ist jetzt ein weites Stück. Ohne Pferd. Okay, unterwegs werden wir uns schon ein Pferd besorgen können. Machen wir nach Rom da. Oder wie auch immer der Ort heißt. Ah, ich bin auf einem privaten Geräte. Ich muss hier weg. Okay. Sehr schön. Jetzt brauchen wir natürlich Pferde. Das wird jetzt ein weiter Weg, sonst ohne. Oh, scheiße. Das ist nochmal eine Wache. Lauf, lauf, lauf. Komm schon. Renn. Mit Rüstung bin ich natürlich extrem langsam. Kommt der nach? Der kommt uns nach. Okay. Ich kann ihn ja kaum angreifen, den Typen. Sehr schön. Wir haben es geschafft, Leute. Jetzt ist natürlich scheiße ohne Pferd. Muss ich ehrlich zugeben, weil das ist ein... Wo sind wir denn? Wir sind... Hier. Und dort müssen wir hin. Okay. Ja, easy. Hä? Sind wir geschnappt worden? Oder was? Oh, shit. Ah, wir mussten nicht alles laufen. So, als wären sie bereits fort. Zum Glück mussten wir nicht alles laufen. Scheiße. Shit, alle verbrannt. Shit. Ey, was die hier angerichtet haben. Ja, ich weiß, viel geschlagen geschafft, der ein Pferd. Wir müssen unsere Eltern wahrscheinlich jetzt immer noch finden. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, vielleicht sind die verbrannt, vielleicht auch nicht. Auf der Flucht. Oh, guckt euch das mal an, ey. Heimkehr. Brennnessel, suche nach deinen Eltern. Oh, shit. Mein Gott. Ja, Leute, ich mach... Ich, ich... Ja. Ich mach das Zeug jetzt trotzdem, weil ich kann das gebrauchen. Ist zwar jetzt richtig scheiße, die hier alle zu plündern. Aber Essen und... Und Geld... Der hat nix. Wenigstens ein bisschen Nahrung hier. Shit. Okay, das reicht. Guckt euch das mal an. Die sind alle abgeschlachtet worden. Scheiße. Äh, lasst mal schnell gucken, ähm, wie ich meine Waffe ziehe. Erweiterte Grundeinstellung... Ah, ne, das ist ja nur, wenn es zum Kampf kommt. Ah, wir sind erst hier. Das ist ja noch... Ah, wir sind erst in diesem Vorort gewesen hier. Ja, wir werden kaum hier ein Pferd finden, nehme ich an. Scheiße. Wir sind ja noch gar nicht in Starlets. Das könnte ein Plünderer sein. Wartet mal, ich will mal gucken, ob wir mit... Ähm, Steuerung irgendwie eine Waffe ziehen können. Nahrkampfwaffe ziehen mit I. Äh, mit 1. Ja. Ich weiß halt nicht, ob das ein Plünderer ist oder so. Was hast du hier zum Suchen? Lebensmilder, was? Boah. Au. Shit. Komm schon. Den haben wir gleich. Ah, die meisten Menschen wollen nicht sterben. Also geben wir ihnen... Äh, geben sie viel lieber auf. Der Sieger kann dann entscheiden, was mit ihm... Äh, mit den anderen tun und ihm geben lassen. Ja, okay. Zu spät. Ist tot. Oh, scheiße. Wir bräuchten ein Pferd. Ich hoffe... Ich hoffe, hier sind nicht noch mehr Leute. Der alleine war jetzt nicht schwer zu besiegen, aber die anderen... könnten schwerer sein, wenn jetzt mehrere kommen. Ich hoffe nur, dass keine Soldaten mehr hier sind. Oh, wir sind überladen, merke ich gerade. Unser Inventar ist voll, gell? Ah ja, hier. Aber nicht viel müssen wir liegen lassen. Fallen lassen. So, jetzt sind wir wieder gut unterwegs. Das muss man ein bisschen beeilen. Ach du Scheiße, alles Tote hier. Ich nehme an, da hinten ist Starlitz. Ey, die haben aber auch nichts am Leben gelassen. Die Pferde sind tot. Scheiße. Ey, da ist einfach einer aufgehängt worden. Fuck, wer hat da geschrien? War da... Oder war das hier jemand? Ist hier noch was drin? Nee. Verdammt. Es kann ja gut sein, dass hier vielleicht noch ein paar überleben, dass sie vielleicht versteckt haben oder so. Zeig mal hier. Nee. In Dörfern versteckt eine blankgezogene Waffe die Leute... Äh, verstreckt eine blankgezogene Waffe die Leute. Wohin dir? Steht da wahrscheinlich die Wachen auf den Hals hetzen. Also sicher nicht mit gezogener Waffe durch die Gegend laufen. Hab's verstanden. Ich bin dann immer noch am überlegen, ob es hier irgendwo ein Pferd gibt. Aber die haben ja eigentlich gar nichts stehen gelassen. Zeig mal meine Aufträge nochmal. Ja, suche deine Eltern. Oh, wir sind da. Schnellreiseort entdeckt. Was können wir hier mit Schnellreise hin? Das müsste jetzt hier irgendwo sein. Sind wir schon da? War das das schon gewesen? Zeig mal her. Ja. Wir sind da. Ich kann nicht jeden plündern. Ich hab gar kein... Scheiße, wie kommen wir denn da rein? Komme ich hier rüber? Nee. Ich muss hier außen rumlaufen. Ja, wow. Aber die haben ja nicht umsonst ein Tor. Das wird alles um... Oh, ich muss von da rein, wo ich wahrscheinlich gekommen bin. Komme ich hier nicht durch? Nee, da komme ich nicht durch. Hm, ich muss wahrscheinlich hinten durch. Mann. Ich muss da rüber. Ah, jetzt hat ja noch andere Tore. Okay. Okay. Da hinten ist wieder einer. Der hat einen... Der hat einen blöden Ast. Komm schon. Okay. Einfach so ziehen lassen. Ihn einfach so ziehen lassen. Ihn unbewaffnet ziehen lassen. Den Kampf fortsetzen. Ihn unbewaffnet ziehen lassen. Hin fort mit dir. Aber du lässt die Waffe, wo sie ist. Ich habe wohl keine Wahl. Okay. Hopp. Weg mit dir. Ah, warte. Der hat ein paar Groschen gehabt. Das war eh nur so ein... So ein Dingsstock, wo der hatte. Damit hat er ja keine Chance gegen uns gehabt. Scheiße. Oh, ich hoffe, die Eltern liegen jetzt noch da. Und so hat er erst dir gedankt. Und doch warst du ein Held. Du bist nicht geflohen. Hast sie nicht im Stich gelassen. Wie ich. We Ethnolack. Musik Je w terrorist. Das war soícia. 秋 fest. Wieso tust du mir das anfaseln? Wieso? Wieso hast du mich allein gelassen? Vergeb mir. Bitte vergeb mir für alles. Nächstes Mal laufe ich nicht weg. Ich werde nie wieder weglaufen. Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Aber zuerst muss ich eine Schaufel finden, um mich um euch kümmern. Ich weiß nicht, wie du mir sagtest, du hattest nur unter. Hier. Unter der Linde. Wenigstens kann ich dir diesen Verschwörer finden. Okay, wir haben sie gefunden. Jetzt muss ich eine Schaufel finden. Okay, Leute. Das machen wir aber wahrscheinlich im nächsten Part, weil ich kann mir vorstellen, dass das uns zu lange geht. Hier ist ein Hund irgendwo. Ja. Also wie gesagt, ich werde das im nächsten Part machen. Und Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part ein, Leute. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Und bis dahin würde ich sagen, habt einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Je nachdem, wann ihr das Video guckt. Halte die Ohren steif. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.